24. Dezember 1944. Weihnachten. Wacht am Rhein. Ein so schöner Name für ein so wahnsinniges Unterfangen. Ich weiß noch, wie ich dieses Lied als Kind in friedlichen Zeiten gesungen habe. Allein die Idee, durch die Ardennen zu marschieren und Antwerpen zu befreien, war schon sehr gewagt. Doch was wäre danach passiert? Hätten wir diese Position wirklich festigen können und die Amerikaner wieder aus Europa vertreiben können?